hallo und herzlich willkommen zu der auslosung vom ersten gewinnspiel aus dem monat september es ging um diese funko pop figur und ja erst mal hier hab wieder einen zahn aber es ist noch provisorisch kommt ich hoffe dass ein lispeln geht irgendwann weg mit der mit dem richtigen dann das ist echt nervig und ja also jetzt könnt ihr meine zähne wieder ordentlich sehen genau wo war ich jetzt stehengeblieben genau es ging um diese funko pop figur von magic the gathering dem kartenspiel und 16 leute haben mitgemacht und noch ich würde mal sagen wir fangen mal an so es macht mit black belt 1 a so denjenigen machen wir mal klein so dann hätten wir rocky play it's me i you zoom me karabos abos stefan lüdemann pocho 1900 mr unbekannt joachim schweizer fruchtigkeit der matratzenmatze der movie picker alexandra jota alexandra jota power 86 buchleser boombastik fantastik und zu guter letzt bürn kramer so dann müssen wir das mal durch ich wünsche euch schon mal ein viel glück und ja mal schauen wer hier als letztes übrig bleibt in diesem top von diesen 16 teilnehmern und ich sag mal wir ziehen mal den ersten ok ich hab zwei gezogen so der erste der nicht gewonnen hat ist rocky play du hast leider nicht gewonnen dann der zweite der nicht gewonnen hat ist alexandra jota black belt 1 a du hast leider auch nicht gewonnen stefan lüdemann du hast leider auch nicht gewonnen ayusumi du hast leider auch nicht gewonnen bocho du hast leider auch nicht gewonnen dafür hast du ja glück in deiner liebe ne power 86 buchleser du hast leider auch nicht gewonnen fruchtigkeit fruchtigkeit du hast leider auch nicht gewonnen karabos abos du hast leider auch nicht gewonnen der matratzenmatze hat leider auch nicht gewonnen der matratzenmatze hat leider auch nicht gewonnen abos 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 ab Joachim Schuweizer, du hast leider auch nicht gewonnen Und dann haben wir den letzten und der letzte ist Scheiße Björn Kramer, du hast gewonnen Und warum ich Scheiße sage ist, weil ich heute dein Paket abgeschickt habe Ah, verdammt Ja, herzlichen Glückwunsch Adresse brauchst du mir nicht schicken Aber einfach mal was unten drunter schreiben Unter dem Video, dass du es auch gesehen hast Und ja, du hast Magic gewonnen Die Funko Pop Figur Ich hoffe du bist ein Funko Pop Sammler Auf jeden Fall sehen die Funko Pop Figuren richtig gut aus Muss ich echt sagen Und ja, mal schauen was es als nächstes gibt Mal zu verlosen Müssen wir mal gucken Und ja, Björn Kramer Du hast gewonnen Herzlichen Glückwunsch Und an alle anderen Teilnehmer Keine Sorge Wir sind schon im Oktober Und es kommen natürlich da auch wieder zwei Gewinnspiele Und ja Das war es jetzt Und Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder Bis dahin sage ich Bleibt dran Bis dann Euer Steffo Ciao, ciao Ciao